Ja, die machen. Cashout overview. Was ist Cashout? Ein bisschen auf den unterschiedlichen Begriff, da man sieht, wie gesagt, Cash-in, Cash-out, ja, ich weiß nicht, was es für den gibt. Die sind ja gleich Hond dritter. Und, die sind ja noch eher ein Oktober Sakura. Wenn man die Akkredi auf dem Geschäft essentiell ist. Aber er kann es sein, was die, was die Alsohrerschaft. Das ist ein Teil des Einsatzes. Sollte ich mir jetzt noch ein bisschen freilassen, ob das nicht mehr hat. Kommt es noch weg. Das ist auf jeden Fall ein bisschen blöd. Schauen wir mal jetzt schon mal auf, oder? Sonst schreibt man da. Ich weiß noch mal. Und... Ich weiß noch nicht, oder? Ja. So machen wir nicht. Ja. Schauen wir mal heute die dänischen Geschichten an. Ich lebe es. Ich lebe es.